Schon bald wird die Galaxis neu entstehen. Die Jedi und die Republik werden sterben. Ich spüre eine Verschwörung zur Vernichtung der Jedi. Sehr vorsichtig sein, wir müssen. Warum würde irgendjemand kein Jedi mehr sein wollen? Wir wurden zu Hütern des Friedens ausgebildet. Nicht zu Soldaten. Wir Klone. Haben gemischte Gefühle, was den Krieg angeht. Ohne ihn würden wir nicht existieren. Alles Teil des Plans. Des einen Plans. Alles wird sich verändern. Jede getroffene Entscheidung hat uns hierher geführt. Was? 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 Oder Silas werden? Bei uns bist du Fan? Wir sehen uns strach. Dieses landkirchen. Was? Wie wir sehen uns jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020